Ich begrüße euch in der Firma GST Grinder in Sierndorf. Mein Name ist Franz Hein und wir beschäftigen uns seit Jahren mit der Entwicklung und Produktion von hochpräzisen Rundschleifmaschinen. Das Unternehmen wurde 1992 in einer Garage gegründet. Mittlerweile stehen uns 4000 Quadratmeter Produktionshalle zur Verfügung. Wir beschäftigen 100 Mitarbeiter und davon 8 Lehrlinge. Für unser Ausbildungswesen wurden wir 2019 vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort mit einer Auszeichnung geehrt. Was unsere Mitarbeiter aus so einem rohen Werkstück entstehen lassen, das zeigen wir euch jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Guitart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich bin der Philipp, ich mache eine Lehre als Maschinenbautechniker bei der Firma GST. Ich bin der Kevin, ich mache die Doppellehre. Die Doppellehre ist Maschinenbautechniker und Elektrotechniker. Unsere Hauptaufgabenbereiche sind die Automobilindustrie, aber auch in ihrer Zukunft E-Mobilität. Was schön zu wissen ist, ist, dass jedes zweite Auto mit einem von uns gefertigten Bauteil ausgestattet ist. Durch unseren ausgezeichneten Erfolg in der Berufsschule wurde uns ein Praktikum in Nordjylland ermöglicht. Noch dazu kommt die Individualität. Es ist keine Serienfertigung und somit ist man immer wieder für Herausforderungen gestellt. Wie habt ihr es einiges über unseren Betrieb kennengelernt? Mitarbeiter, Lehrlinge, Arbeitsweisen. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017